Vincent van Gogh war ein niederländischer Maler und Zeichner und hatte einen enormen Einfluss auf die Kunst des 20. Jahrhunderts, fand jedoch erst nach seinem Tod die breite Anerkennung. Seine Werke werden dem Post-Impressionismus zugeordnet. Der Niederländer wurde 1853 in einer kleinen niederländischen Gemeinde namens Zundert geboren und starb 1890, im Alter von nur 37 Jahren, an den Verletzungen einer Schusswunde, die er sich mutmaßlich selbst zugefügt hatte, im französischen Auvers-sur-Oise. Nachdem er zuvor einige andere Berufe in Betracht gezogen hatte, beschloss van Gogh 1880 Maler zu werden, und schrieb sich in den kommenden Jahren in verschiedene Kunstakademien ein. Anfang 1888 zog van Gogh nach Aal, wo er innerhalb von 16 Monaten ganze 187 Gemälde schuf. Breitere Öffentlichkeit konnte er erstmals 1889 erlangen, nachdem sein Bruder drei seine Gemälde bei namhaften Ausstellungen einreichte. Nur wenige Monate zuvor zog er in eine Nervenheilanstalt in St. Paul. Er litt einen Großteil seines Lebens unter einer psychischen Erkrankung, welche seine künstlerische Vorstellungskraft mal verstärkt, mal behindert hat. Obwohl van Goghs Malstil schnell und spontan war, nahm er im Nachhinein keine größeren Korrekturen vor. Er versuchte durch seine dynamische Malweise stets den Bildern mehr Lebendigkeit und Intensität zu verleihen. Fast immer malte er dabei direkt vor dem Motiv und nicht aus der Erinnerung. Dabei formte er dieses Motiv zwar oftmals deutlich um, wurde dabei aber nie zu abstrakt, sondern vielmehr der Wirklichkeit zugewandt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017